Tradition und Innovation Die Firma Schmelzer ist eine der innovativsten Firmen im Bereich Rohrleitungs- und Anlagenbau. Im Jahr 1913 aus einer Spenglerei entstanden, spezialisierte sich das Familienunternehmen schon vor mehr als 50 Jahren auf die industrielle Fertigung von Rohren. Seit 20 Jahren arbeitet Schmelzer als zuverlässiger Partner im Anlagen- und Filterbau. Mit innovativen Produkten, zahlreichen Patenten und Gebrauchsmustern haben wir uns auf dem europäischen Markt zu einer festen Größe etabliert. Wir verfügen über einen modernen Maschinenpark, hochqualifizierte Fachkräfte und beherrschen alle Schweißtechniken, die im Rohrleitungs- und Anlagenbau Verwendung finden. Ob spezieller Kundenauftrag oder vorgefertigte Standardserie, Qualität ist und bleibt der Maßstab für uns. Stück für Stück. Anlagen und Rohre von Schmelzer müssen sich in der Praxis störungsfrei bewähren. Tag für Tag, viele Jahre lang. Vertrauen gewinnt man nur mit gleichbleibend hohem Lieferniveau. Daran lassen wir uns messen. Schmelzer liefert beste Qualität zu einem reellen Preis. Aus unseren Werken in Bayern und Tschechien werden Montagestandorte in Deutschland, Europa und über sie beliefert. Rohrleitungen und Anlagen von Schmelzer werden dort eingesetzt, wo besonders hohe Anforderungen an die Verarbeitung gestellt werden. Jedes Jahr verlassen mehr als 200.000 Meter Rohr unsere Fertigungsbetriebe. Vom Blechformteil über komplette Rohrleitungssysteme bis hin zu ganzen Industrieanlagen erhalten Sie alles aus einer Hand. Schmelzer übernimmt die Auslegung, Konstruktion und Endmontage vor Ort. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how. Wir finden eine passende Lösung für Ihr Projekt. Schmelzer. Wir meistern Metall. Wir bewerkstellungs bestimmte Angelegenheiten. Wir meistern Metall. Mit dem08. Milchesperff. J untuk mehr doom. Mit dem08. الب제 diccom. passiert odds Zahlen. Untertitelung des ZDF, 2020